So was Leute, zurück zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Hex-Sherz of Fate. Ich habe ein neues Deck gefunden, was einerseits für mich finanzierbar ist und andererseits ganz neue Strategien aufbereit hält. So ist es richtig. Allerdings habe ich keinen Namen für das Deck. Ich habe, ihr findet den Link in der Beschreibung, habe diesen im Forum von Hex gefunden. Und ihr könnt euch dort nochmal die Originalidee anschauen. Ich habe es um Equipment für die Arena erweitert und ich habe dafür, es ist eigentlich vorgeschlagen als 64 Karten, aber bei 60 Karten ist ja das Minimum. Am besten ist immer das Minimum zu spielen. Deswegen habe ich vier Karten, die relativ teuer, also die stechen schon hervor bei den anderen Karten, habe ich die rausgetrunken. Und ja, dafür halt Equipment rein. Hoffentlich läuft es trotzdem so gut. Diejenige oder derjenige, der das gepostet hat, hat gemeint, ja, das Deck hat beim ersten Versuch 19-1 geschafft. Also ist einfach einmal durchgelaufen und einmal hat sie verloren oder der. Naja, wir probieren jetzt einfach mal aus, ob es genauso läuft. Übrigens, falls ihr gerade Hex aktiv spielt, zur Zeit ist der Goldpreis extrem, oder der Goldwert extrem hoch. Heißt, ihr könnt jetzt farmen, farmen, farmen und gut Gewinn machen. Weil, sagen wir mal, drei komplette Arena Runs sind mindestens ein Booster meistens. Also könnt ihr das gegen einen Booster tauschen zur Zeit. Weil die alternativen Artwork-Karten, die es im Shop gibt, bald rauskommen. Deswegen wollen sie alle noch schnell kaufen für Gold. Und ja, bald wird was Neues kommen. Deswegen horten sie jetzt Gold. Sie brauchen alle Gold. Gut. Ich habe es jetzt einfach mal lila, blau, 5-Dollar-Deck genannt. Es heißt auch 5-Dollar-Deck und es besteht aus Blatt und Sephirishers. Also lila und blau. Suchen wir unser Glück. Help is Bunoshi the Ruth's Life. Was er kann, werden wir gleich sehen. Wir machen wieder mal, wie beim ersten Mal bei einem neuen Deck, einen ganz normalen kompletten Run. Und schauen einfach, was dieses Deck kann. Ich bin selbst gespannt. Ich probiere es zum ersten Mal. Lasst uns loslegen. Gegen den Dragon Guard Starwalk. Also ein bisschen Leben gewinnen. Macht gut. Ich fange schon mal nicht an. Naja. Es ist ja selbstverständlich. Gut. Ressourcentechnisch bin ich super vorbereitet. Hm. Ja. Behalte ich. Ja. Wir haben weniger Leben. Und du gibst dir ein Leben. Gut. Ist okay. So. Wir fangen an und schauen uns erst jetzt mal die Fähigkeit von ihm an. Bei drei und einem Lilla, einem Bloodshare kann er eine Truppe opfern. Eine andere Truppe kriegt plus zwei, plus zwei. Dauerhaft. Heißt, ich kann irgendwas Billiges opfern und dann wird eine andere stärker. Meine Items? Hm. Thunderbirds werden besser. Dann die... Ach. Wir werden es sehen, während ich spiele. Wird es schon auftauchen. So. Wie fangen wir denn an? Hm. Eins. Mit einem Bloodshare. Wir fangen mit Fang of the Mountain Guard an. Haben wir oftmals gesehen beim Gegner? Macht mir selbst Schaden. Aber egal. Wir müssen jetzt zwei, zwei. Gleich im ersten Zug. Das muss er erstmal wegstecken. Und die ist bestimmt gedacht als aggressive 2-2. Sie kostet mich zwar Leben, aber ihn auch im Idealfall. So. Wir machen weiter mit einem Field Tactician. Ja, kann einmal Exhausten. Brauchen wir aber gerade nicht. So kann man am Anfang noch mehr Damage durchdrücken. Kostet auch nichts. Na, zum Beispiel gegen den. Wobei, gegen den habe ich eine andere Lösung. Andererseits, ich habe das Item angewendet, dass das eine Quick Troop ist. Also ich könnte es ja als Überraschung spielen. Wollen wir aber nicht. So, ich habe einen Schaden bekommen. Das ist uncool. So. Okay. Ich spiele den Bukanier. Dann darf die Karte sofort wieder auf die Hand zurück. Und ich kann meinem Freund schön Schaden schießen. Okay, eine 3-4. Schon garstiger. So, Paladin of the Necropolis. Life-Drain. When you gain health, each opposing champion loses one health. Ganz nützlich. Oh ja, der ist wirklich sehr nützlich. So, dann nutzen wir mal die Fähigkeit und Exhausten diese Kreatur. Und greifen für 6 Schaden an. Das lief doch ganz gut. Und jetzt... Ein anderer Paladin. Okay. Noch ein Paladin of the Necropolis. Das ist... Jetzt muss ich bloß irgendwie Leben gewinnen. So, greifen wir mal mit allen an. Oh. Ich merke gerade... Das kann ich ja gar nicht als Quick-Action nutzen. Okay. Das ist blöd. Das habe ich nicht gewusst. Beziehungsweise nicht bedacht. Nee, nicht gewusst passt schon. Habe ich nie so genutzt. Warum sind die alle stärker verflucht? Deswegen. Deswegen. Okay. Ah, Bucconi. Das ist gut. Na schön. Bucconi. Lifetrailer. Das brauchen wir nicht. Wobei. Schlimmer ist der Paladin. So, und dich opfere ich mal. Und mach dich stärker. Mhm. Mhm. Okay. To the skies. Ja, das ist doch sowas wie mein... Meine Win-Condition. Wir opfern... Dich... Hier rein. Und spielen to the skies. Macht. Up to two target troops get flight. Du und du. Ihr kriegt Fliegen jetzt. So. Halte mich doch nochmal auf. Hahaha. Stirb. Das war gut, dass diese Karte jetzt kam. Uh, die hat mich gerade gerettet. Sonst wäre das ziemlich kurios geworden. Ich hätte dann wahrscheinlich die eine ganz groß machen gewonnen. Mit so Opfern und so. Aber viel gebracht hätte es nicht. Okay. Uh, nee. Hm, nein. Da muss ich neu ziehen. Zwei Mana brauche ich mindestens. Das ist schon besser. Hier brauchen wir auch ein paar neue Karten. Zum Beispiel hier. Kill Blade of the Milky Eye. Ist bloß einmal drin. 1-1 mit Lethal. Schöner Removal sozusagen. Oder ständiger Angreifer. Die man es denn gerne hat. Okay. Geht nichts. Angriff. Mein Gegner spielt immer noch nichts. Uh, Thunderbird. Das ist ja. Das wäre auch ganz schön. Aber ich. Wobei. Ja. Kommt doch. Ist zwar nicht Mana effizient. Aber es ist gut. Den möglichst früh draußen zu haben. Weil ich habe ja schon beim letzten Mal bei meinem eigens konstruierten Fliegerdeck. Was ich da gebastelt hatte. Okay. Ja. Dadurch ist die Karte tot. Könnte man sagen. Ich kann sie nicht mehr nutzen. Kann man sie opfern. Ähm. Okay. Ja. Der ist unwichtig. Ähm. Ja. Genau. Wie in meinem Fliegerdeck schon. Dachte ich mir eigentlich. Das Thunderbird allein kann schon Spiele gewinnen. Hier haben wir die Giant Corpse Line. Target Champion Discards Arcade at random. Das bewirkt eines der Items. Normalerweise muss er eine abwerfen. Und so wirft er eine at random ab. Hat den Vorteil, dass er nicht auswählen kann, was er abwirft. Das machen wir auch. Husch. Äh. Muss ich ihn auswählen? Okay. Dann schauen wir mal, was er abwirft. Ah. Ein Oracle Song. Schön. Kann ich mit leben. So. Du bist geopfert. Hier rein. Der Thunderbird schwingt für vier. Okay. Okay. Der Headless Executioner. Der wird gleich auf die Hand zurückgebracht. Ähm. Wobei. Der ist mir schlimmer. Ah ja. Der ist eher ein Dorn im Auge. Mhm. Deswegen. Bugni. Wieder zurück auf die Hand. Und Moment. Ähm. Ja. Opfern. Ja. Hier rein. Und zum Angriff. Wir haben gewonnen. Neun. Schaden. Genau. Hm. Eine Ressource. Okay. Das ist schön. Hm. Eine Ressource. Wisst ihr, wen ich übrigens vermisse bei den Bossen? Ich hab's nämlich in dem Bild gesehen von deren Deck. Da hat sie ein Beispielbild halt, wie sie 19.1 die Arena geschafft hat. Gepostet. Die hat dagegen den Sensei gespielt. Diesen Shinare-Sensei. Den hab ich, glaub ich, schon ewig nicht mehr. Ich bin mir sicher, den hab ich in einigen der ersten, wo ich noch mit den Shinare selbst gespielt hab, mit meinem Starter-Deck. Da hab ich, glaub ich, so einen gehabt. Als Gegner. Aber seitdem? Nix mehr. Oh, wunderschöner. Oh. Air-Sepurity. Troops in control of the flight have plus eins plus eins. Sehr gut. Hm. Gegen den Spam-Bot. Das könnte zu schlecht sein. Also der Spam-Bot wird wahrscheinlich zu schlecht sein, um mich aufzuhalten. Um das spielen zu können, muss ich zweimal Saphir als erstes spielen. Dann kann ich den Thunderbird relativ schnell ausspielen. Hm. Der Spam-Bot hat nix. Gut. So, liebe ich's. Ach ja, wir kriegen ja einen Charge, wenn er ins Spiel kommt. Auch einen Effekt, glaub ich. Oder war das ein Effekt? Nein. Doch. Gainer Charge, ja. Effekt eines Equipments. Worker-Bot. Eine Defensive. Na klar. Kannste machen. Machen wir mal. Wird sich glücklich machen. Noch ein Thunderbird. Ach. Terror aus der Luft. So sollte eigentlich das letzte Deck laufen. Let's Thunderbirds den Gegner vernichten. Das Spam-Bot macht's mir da hingehend ziemlich leicht. Eher Superiority. Und zum Angriff. Für sieben. Zu random Champion. So. Egal. Ja, wir haben sowieso gewonnen. War gar nicht nötig, irgendwas auszuspielen. Okay, bisher läuft's doch ganz gut. Oh, den Anarchist noch. Schade, gegen die Hexen hätte ich gar nicht gespielt. Weil die Hexen finde ich die, sowohl die Blut- sowie auch die Wild-Hexe, finde ich eigentlich ganz brauchbare erste Gegner. Die haben ein paar Kreaturen, die ganz gut sind. Finde ich auch wieder gut, die Hand. Ah, Corpse Fly kann ich nicht spielen, aber sonst alles. Übrigens, für den gibt's auch noch ein Equipment, was bewirkt, wenn wir, also der Held, also wir selbst, zehn oder weniger Leben haben, kriegt er plus zwei, plus zwei dauerhaft. Also es ist dann vier, vier. Hab ich mir überlegt. Ist aber dann draufgegangen für das Item für den da, dass ich eine Karte ziehe, wenn er stirbt. Hab ich mir gedacht, Karten-Card-Draw ist wichtig. Wichtiger als. Der soll ja auch eher im Early-Game was bewirken. Nämlich im Late-Game. Counter-Magic. Auch eine schöne Karte. Kennen wahrscheinlich viele, die Magic the Gathering gespielt haben. Da gibt's sowas wie Counter-Spell. Einfach mal Interrupt-Target-Card. Each card in Opposing-Zone with the same name as the card gets cost plus zwei. Sprich, hat er dir die Karte nochmal oder im Deck oder im Friedhof, werden sie alle teurer. Dauerhaft. Bis zum Ende des Spiels. Ein Arena-Brawler. Den kannst du doch nächste Runde nochmal spielen, nicht wahr? Ah, ja auch interessant. Hab ich mir auch geholt. Shard of Cunning. Dreimal. Gain. Da kann ich auswählen, ob Blut oder Saphir. Und ich krieg' nen Charge. Aber dafür keine Ladung. Also für die anderen Ressourcen. Können wir jetzt gerade nicht gebrauchen, weil ich will ein Bukanier spielen. Damit der Arena-Brawler erstmal wieder auf die Ersatzbank zurückgeht. Hm. Neun. Ich hab mir gerade überlegt, den Bukanier gleich reinzuopfern, um extra Schaden zu machen, aber nicht notwendig. Lieber einem Flieger den extra Schaden geben, würde ich mal sagen. Juhu, den spielst du wieder aus? Du musst verzweifelt sein, weil du ja nix Gescheites auf der Hand haben. Am besten beides. So, Shards of Cunning. Ich nehme Blut. Krieg' kein weiterer Ressourcen. Und spiel' nochmal den Bukanier. Wenn er ihn für drei ausgespielt hat, würde er ihn vielleicht auch für vier nochmal ausspielen. Das wäre mir ganz recht. Es lohnt sich nicht zu opfern. Weiterhin. Es würde nichts bewirken, also es würde nicht den Sieg deuten sofort. Du, Giant Army Hands. 3-2 mit Crush. Das ist doch interessant. Dann spiel' ich mal die Giant Corpse Fly. Oder? Ja. Das sollten sie automatisch machen, also wenn's bloß... Bei Target Champion. Okay, nicht Opponent. Ja, okay, vielleicht gibt's ja irgendwelche Decks, wo man das sich wünscht. Solche Grey Fetch Decks, also Karten. Beziehungsweise Decks, in denen man extra was in den Friedhof reinlegt, um es dann durch irgendeinen Grave Spell, Resurrect Spell, wieder ins Spiel zu bringen. Vielleicht kostengünstiger. Sowas gibt's zumindest in Magic. Ich weiß gar nicht, wie's, ob's hier auch so gibt. Hm. Uh, schaut euch mal das. Warum hat er den denn schon längst gespielt? Den hätte er schon lang spielen können. Naja. Na gut. Dann halt nicht. Hm. Die wird geopfert. Hier rein. Und Angriff Medaillen. Der wird die Größte blocken. So ist die KI-Nummer. Und, ja. Dadurch seine verlieren. Baby-Yeti. Oh, süß. Not. Ah, Bucani. Viel cooler. Junge wieder auf die Hand. Der Arena-Brawler, der will nicht im Spiel bleiben. Ah, okay. Und Speed. Oh, schön. Das ist immer so, die sollten es ein bisschen kennzeichnen, wenn ein Effekt irgendwie in Kraft tritt. Das ist immer so, gerade muss ich überlegen, wo kam das jetzt her, warum wurde der jetzt stärker? Auch wenn es manchmal klar sein sollte. So, erste Härteprobe. Mit einer extra Ressource im Spiel gegen den Eternal Guardian. Jawohl, anfangen ist immer gut. Oje, was ist denn das für das Schrottand? Alles Karten, die wir, glaube ich, noch gar nicht hatten, aber alles Karten, die ich auch nicht haben will. Jetzt zumindest. Ach, shit. Ressourcen. Okay, jetzt habe ich zu viele Ressourcen. Ach. Ach, toll. Jetzt, na, klasse. Jetzt fehlen mir spielbare Karten. Vielleicht spielt er recht früh irgendeine Karte? Nein, tut er nicht. Ach, Call the Grave. Bringt mir auch nicht viel. Äh, nein. Kann er sich wohl selbst wieder auf die Hand bringen? Boah, ich glaube sogar, das kann er. Murder. Hm, okay. Vielleicht kann ich da irgendwas selbst spielen. Aber das sieht ganz schlecht aus. Uh, ich habe nichts. Gar nichts. Das ist echt schlecht. Die kann ich leider nicht spielen. Ah, endlich eine Karte, die vermutlich mehr Chancen hat. Gut. Gut. Sehr gut. Der Thunderbird kann das Spiel gewinnen. Allerdings, der Eternal Guardian hat auch Flieger. Zum Beispiel. Ja, das hört gar nicht auf. Ähm. Akzeptieren. Der Thunderbird wird stärker. Dann spielen wir Call the Grave. Holen den Buccaneer zurück. Ja. Der Buccaneer kommt ins Spiel. Oh, das ist gut. Das darf er gerne bei mir machen. Bringt den wieder auf die Hand. Kill Blade spiele ich auch. Zum Angreifen. Sehr schön. Hoffentlich greift er mich an. Jeder Held oder jeder Champion discards his hand und zieht drei neue Karten. Yes. Das ist geil. Ach, der hat noch nicht den Threshold. Hm, der hat noch nicht zweimal rot. Ah, das ist schade. Das ist super. Noch ein Buccaneer. Das wird alles besser als erwartet. Everything with is better than expected. Okay, jetzt wird er wahrscheinlich nicht nochmal mit dem angreifen. Jetzt wird er blocken. Hm? Oh. Der hat ein bisschen Leben bekommen. Nervig. Oh. Gerne. Ich sag's doch, der Thunderbird allein kann gewinnen. Aber ich sollte nicht zu voreilig sein. Mist, jetzt komme ich nicht mehr an dem vorbei. Jetzt kann er doppelt blocken. Hm, Problem gelöst. Er kann und wird vermutlich doppelt blocken. Aber er wird's nicht killen können. Hoffe ich. Oh. Jawohl. Kombo. So, wer kommt wieder auf die Hand? Du? Oder du? Du bist schon teuer genug. Warum nicht nochmal? Hm. 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 Der ist auch wieder weg. So. Mein Freund. Ja. Noch ein Flieger. Hm. Shame Gladiator. Ey. Oh shit. Der sollte eigentlich einen Sockel drin haben. Boah. Boah. Naja. Greifen wir mal mit den beiden an. Uh. Ich darf mir auswählen, welchen der tötet. Hm. 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 Über den Archon. Todssinn. Nice. Oder? Ah. Nein. Das ist kein Flieger. Aber das ist ein Flieger. Ach. Verflucht. Aber zum Glück ist es ein zu kleiner Flieger. Dark Spire Priestess. Gerne gesehen. Den kill ich, damit ich eine Karte ziehe. Mhm. Und shit. Die Dark Spire Priestess hat auch ein Item. Damit kann sie entweder sechs Schaden, wenn sie stirbt, einem Gegner zufügen. Oder drei Schaden und einen, äh, und noch einen Dark Spire suchen. Oder zwei Dark Spire suchen. Was nur Priestesses in dem Fall sind. Ziemlich mächtig. Ganz ehrlich, mit einem anderen Deck hätte ich das schon längst verkackt gegen den Eternal Guardian. Der ist jetzt auf zehn. Ziemlich heftig für meinen Geschmack. Aber, tja, in dem Fall. In dem Fall hat's wunderbar geklappt. Bisher macht das Deck Spaß, muss ich zugeben. Es hat ein paar nette Tricks drauf. Mal schauen, wie es sich aber bei den höheren Tiers dann bewährt. Jetzt war es nämlich ein bisschen langsam. Besonders beim Eternal Guardian. Wobei, man muss sagen, ich bin auf fünf Karten runter und, äh, ich hatte nur einen Bukanier auf der Hand prinzipiell. Mehr nicht. Hm, von daher habe ich mich noch ganz wacker geschlagen gegen den Eternal Guardian. Mal schauen, wie es weiterläuft. Vielen Dank fürs Zusehen. Und beim nächsten Mal schauen wir einfach weiter. Ciao.